Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über Facebook. Bei Facebook kursieren im Moment ein paar Quiz-Anwendungen, die einem vorgaukeln, dass andere Fragen über einen beantwortet hätten und um die Antwort rauszukriegen, muss man dann selbst Fragen beantworten. Zum Teil posten die Anwendungen willkürlich irgendwelche, also vollautomatisch, ohne dass man selbst was dazu tut, irgendwelche Kontakte an und müllen total die Pinnwand zu. Ich zeige euch jetzt, wenn ihr euch sowas eingefangen habt, wie ihr das wieder loswerdet und zwar, ich habe jetzt einfach irgendeine Anwendung, ich habe keine Ahnung, ob diese Anwendung speziell andere Pinnwände zumüllt, also ich zeige es jetzt nur an dieser, als Beispiel. Ihr geht auf Konto, dann Privatsphäre-Einstellungen, dann hier unten Anwendungen und Webseiten und dann könnt ihr hier eure Anwendungen bearbeiten. Ihr seht auch an meine Pinnwand posten, manche posten auch an andere Pinnwände. Das könnte man einzeln auch hier entfernen oder man deinstalliert die ganze Anwendung. So einfach ist das. Alles klar. Tschüss. 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 Tschüss.